Noch einmal durchatmen. ACDC ist aufgelegt im Echsenkessel. Die Bluetanks sind wieder dabei. Rocken sie noch einmal die Klasse. Artikel Wissing und Schöner. Artikel Wissing und Schöner. Die Bluetanks sind auf den Erdner rauf. Und jetzt wird das Ganze ein. In der Racing wird rausgedreht. Das Dany Team ist jetzt vorne mit dabei. Die Bluetanks greifen noch einmal an. Auf Platz 1 der Teamchef Daniela Holz. Ebenso seine Schwester. Auf 1 unterwegs. Jetzt der Bruder. Daniela Holz. Und sie hat den Benzin im Lund. Das Artikel Wissing-Team ist auf der 2. Daniela Holz. Ist auf der 3 unterwegs für das Team Edithrad. Auf 4 Racing Team Eggert. Auf 5 das Dany Team. 6. Platz 1. Für die Teufel. Und auf 7. Noch einmal. Auch die Bluetanks. So schön ist momentan aus. Und Daniela Holz hat die Nase vor. Und Daniela Holz auf Position. 1 unterwegs. Schröder auf der Endebahn auf der 2. Hören wir noch. Das Team Engelsracht auf der 3. Wo sie schon heute ist. Ebenso der Bruder. Auf der 2. Und das Dany Team auf der 3. Und das ist die große Frage. Können wir die Teufel noch einmal angreifen? Können die Bluetanks noch einmal rankommen? Und Schröder geht in den vorbei. Schröder gewinnt. Die Bluetanks auf der 2. Team Engelsracht auf 3. Eggert Racing auf der 4. Dann wird es noch einmal ganz spannend. Jetzt in der Kurve. Der 5. Platz geht an das Team. Die Teufel. Auf 6 das Dany Team. Und auf 7 noch einmal. Die Bluetanks hier in der 80-Persklasse. Wir freuen uns auf die 140-Persklasse.